Tagesenergie, Donnerstag, 23. September. Neue Schritte zu gehen ist möglich, alles läuft gut. Sie würden es bereuen, heute Chancen nicht zu ergreifen, nicht wahrzunehmen. Denn Sie spüren intuitiv, wo Fülle und Erfolg möglich sein wird. Körperlich hätten Sie es heute gern oft etwas bequem. Es muss ja nicht immer voller Sport sein, ein gemütlicher Spaziergang könnte Ihnen heute lieber sein und tut es auch. Tiefenwirksame Gedanken wären ideal für jede Art von Heilbehandlung und auch Yoga und Meditation. Tagsüber wäre es am besten Routinearbeit, ohne viel großen Aufwand, einfach zu erledigen.